Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Folge 2, ähm, Expedition Zero, die Demo. Wir haben beim letzten Mal das Dorf besucht und haben ein bisschen rausgefunden, wie man craftet. Und ich würde jetzt in dieser Folge tatsächlich nochmal, achso, wir sollen ja schlafen gehen, ne? Nochmal reisen. Immer diese Automatiktüren ist ja furchtbar. Ja, ich möchte schlafen. Kommt jetzt wieder dieser Albtraum? Anscheinend nicht, okay. Gut, dann kann ich jetzt getrost. Getrost, was? Da, 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 oben dieser Turm da. Achso, wir können ja einfach über die Karte reisen, ne? Farm. So, äh, Gear to Take, Gear in Storage. Ich nenne das alles mal mit. Dann haben wir das alles mit dabei. Weil ich würde schon gerne in diese... Ich würde schon... Eigentlich... A large storm is incoming. Storm? Extremely cold. Oh, shit. Wat? Oha. Die Leute sind weg. Äh. Hier liegen Leichenteile. Was ist hier passiert? In der Zeit, wo ich weg war? Eine Nacht? Äh. Ich will das nicht mehr spielen. Ich habe gedacht, dass ich ihnen helfen konnte. Ich... Ich... Ich konnte es nicht. Was ist hier passiert? Oh mein Gott, Hilfe! Äh. Ähm. Das ist nicht gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, da liegt was. Oh, eine Axt nehme ich mit. Was ist das denn? Kann ich... Kann ich... Kann ich... Ja. Ob das jetzt eine gute Idee ist, jetzt Holz zu hacken? Wo hier wahrscheinlich gerade irgendwie... Hm. Ich bin mir nicht sicher. Was ist in der Zeit passiert? Wir haben eine Nacht geschlafen. Was? 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 Was zur Hölle? Ich... Mann, ich will doch nur ein bisschen... Ressourcen sammeln. Und... Vielleicht... Oh, Nägel. Nägel mitnehmen. Hallo? Ich bin doch so klein. Lass mich. Ist immer noch so kalt. Und was war das für ein komisches Geräusch? Vorhin. Gottes Willen war das laut. Und ich habe das Spiel schon leise gemacht. Über den... Äh... Lautcheckmixer von Windows. Gut, es ist ja ein Horrorspiel, ne? Und warum brennt hier die Hütte? Was ist denn hier? Die ist offen jetzt. Hallo? Äh, was? Äh, was? Ähm. Ey, mach keinen Scheiß. Äh, was ist denn? Äh, bu, 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 bu. Hei, hei, ja, bu, bu. Ich kann mich übrigens nicht ducken. Doch, mit C. Abgelogen. Was war das? Da ist die Treppe, ne? Oh Gott. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Da stand gerade irgendwas im Türrahmen. Geht das... Geht das doch wieder weg? Das war gerade oben. Ich trau mich nicht runter. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will aber hier alles sammeln. Alter, wenn ich... Wenn ich hochkomme, ne? Ich kündige. Oder es. Oder wie auch immer. Oder... Ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange abzubauen, dann ist es eh Ende. Wir müssen schnell hier weg. Was ist das? Sind das zwei? Was ist das? Was ist das? Alter, ich will das... Was ist das? Ich spiele das alleine. Oh Gott. Warum habe ich mich nicht dafür entschieden, das nicht im Stream zu spielen? Oh nein. Ich will das nicht. Chat, wo seid ihr? Hallo? Ich muss weg. Ich muss schnell zu meinem Schlitten. Dann werden wir erstmal richtig Schlitten fahren. Hallo? Oh, was ist das denn dahinter? Was? Alter, die Musik, ne? Ich bin weg. Ciao. Versteck mich im Klo. Oh. Ohohohohoho. Ja, ja. Ich travel. Ich möchte traveln. Hallo, ich möchte traveln. What? You can traveln? What? It's too stormy? Oh Gott. Wieso ist das stormy? Willst du dich verhaschen? Ich gebe dir gleich, ist das stormy? Ich kann nicht traveln. Es hat uns gleich, oder? Was ist das? Das steht da. Was ist das? Das steht da. Das steht in unserem Schlitten. Geh weg. Ich habe gesagt, ich muss weggehen. Was ist das? Oh. Ist ja furchtbar. Oh Gott. Ich finde es cool. Ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Was ist das? Ich muss sagen, ich finde es mega geil. Die Grafik ist ja mehr so modern gemacht, ne? Und so das Inventar ist so ein bisschen so pixellig. So wie früher. So die ganz alten Games. Finde ich voll cool. So diese Mischung. Aber was ist das bitte? Ich will hier wieder rein. Der soll abhauen. Oder es. Oder. Wo ist der? Der ist an der Tür. Ich komme noch nie wieder rein. Der ist immer bei uns, ne? Hallo. Komm doch. Hallo. Komm doch. Nee. Geh weg. Bleib da. Hab gelogen. Ich werde da nie wieder ins Tor kommen. Das sieht auch sehr falsch aus jetzt gerade hier so. Ich weiß halt nicht, ob der... Ich glaube, der ist getriggert von uns, ne? So ein bisschen, oder? Ohohohohohoho. Ciao. Ohohohoho. Da muss ich aber los Was, wer, wo, wie Was soll ich denn jetzt machen Ich komme hier nicht weg Oder müssen wir den ablenken Mit diesen Dingern hier Ah, to make noises Ah, okay, alles klar Wir müssen also den Generator wieder aktivieren Damit wir Geräusche machen Ja, jetzt erstmal zum Generator kommen Wenn der hier rumschlawinzelt Ich weiß ja auch nicht, worauf der reagiert Ob der auf Ich sehe voll nie nix Und wo war nochmal der fucking Generator Der war in der Mitte, ne Hier war der Ihr tut doch hier irgendwo rum, oder? Ich höre Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich will das nicht mehr spielen Oh, ich habe mich gerade entschieden Was anderes zu spielen Oh, 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 oh Ihr, oh Gott Warum spiele ich das alleine? Bin ich bescheuert Oh, Gott So doof bin ich ja Oh, oh Ich höre ihn aber Ciao Kann ich hier irgendwas machen? Mach schneller Bin nochmal weg Tschüss Oh, 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 oh Der ist hinter mir Lass mich Oh nein Ich will das nicht Geh weg Geh weg Uh Ah Huh 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 Hu Aber w-w-wann hört denn hier der Dings auf? Der Sturm Wir laufen hier genau in der Arme, ne? Oder? Ich weiß doch nicht, ob der auf Licht reagiert oder so Ich aktiviere hier... Was ist das denn hier? Hide? Ah, wir können uns hier verstecken. Oh, lol. Das muss doch erstmal einer wissen. Der ist wegen der Alarmglocken. Aber was bringt uns das jetzt? Wir müssen ja irgendwie hier warten, bis der Sturm aufhört. Ich würde erfrieren. Aber was sollen wir jetzt tun? Oh, da müssen wir die Nacht hier verbringen jetzt. Mit dem hier? Gott, oh Gott. Ich will hier gar nicht sein. Hallo? Ich bin noch so klein. Lass mich. Hier gibt es einen Keller? Okay, lol. Aber hier will ich eigentlich gar nicht... Eigentlich will ich hier gar nicht sein. Im Keller. Ich glaube, der ist genau oben. Ich glaube, der ist genau über uns. Das können wir alles abreißen. Ganz toll. Was ist hier? The door seems to stuck from the other side. Leon S. Kennedy war auch hier. Okay, da haben wir noch einen Hammer. Den nehmen wir noch mit. Plastik Scrap. Okay, ja. Mhm, schön. Ah, das können wir auch. Ah, Maschinenrepair Kit. Nice. Das ist alles... Ach, das ist alles, was man... Ah, okay. Das können wir also mitnehmen. Ach so. Das muss man erst mal wissen. Okay. Ja, schön. Jetzt sind wir hier und... Das lasse ich mal lieber, weil ich glaube, das macht Krach. Und dann haben wir den Salat. Alter. Aber ist schon irgendwie cool das Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir. Hat... Hat ein bisschen was. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Kann ich das hier auch alles mitnehmen? Nein. Das hier, die Schale? Nee. Muss wissen, was man hier... Okay, hier können wir uns verstecken. Hab ich nicht gesehen. Sei doof. Bitte. Hab mich nicht gesehen. Bitte sei doof. Hab mich bitte nicht gesehen. Hi, hi. Bitte sei doof. Hab mich nicht gesehen. Lass mich raten. Der ist festgebackt. Oh. Schön. Wir können den Zettel unterm Tisch lesen. Weiß nicht, wer den Gong geschlagen hat. Aber irgendjemand? Ja, ganz toll. Und jetzt ist aber ein großes Problem. Hallo. Der geht nicht weg, ne? Ist der da stuckt? Was? You can't run? Was, 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 was? Was, was? I can't... Warum kann ich nicht run? You can't run? Your item in inventory is too heavy. Lol, nein. Äh. Oh. The Unreal 4 TCB 0 has... Game has crashed and will... Oh. Oh, das Spiel has crashed. Oh, nein. Das Spiel ist abgestürzt. Oh, das ist aber blöd jetzt. Ja, gut, ähm. Das ist eine unfreiwillige Feststellung. Das ist jetzt blöd. Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Wisst ihr was? Wir machen einfach beim nächsten Mal in der nächsten Folge weiter. Dann ist die Folge halt ein bisschen kürzer. Ist jetzt sehr abrupt zu Ende gegangen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal... Ich drücke mal Continu. Spielen wir an der Stelle weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir von Ihnen da auch wegkommen. Ach, wir sind wieder hier. Oh. Ja, ich bin free. Juhu. Ich weiß gar nicht. Haben wir... Oh, nein. Wir müssen da nochmal hin, ne? Warte mal. Ich glaube... Ich glaube... Der hat... Action? Drop? Wie Drop? Was soll ich denn hier droppen? Bin mir nicht sicher, ob man das auch mit Dings spielen kann. Gut. Tools. Scrober. All. Okay. Äh, ob man das mit dem Controller spielen kann. Ja, ich weiß es nicht, woher gespeichert hat. Ich schätze mal, wir müssen nochmal da hin. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Hier an diesem schönen Tischchen. Und dann spielen wir weiter. Expedition Zero. Und, äh... Alleine. Bis bald. Gilliland. Bis bald.